Ah, dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf einem Kanal, wo ich einen guten Morgen wünsche ich euch, Boys and Girls, das neue Event ist draußen. Centurion, schreibt mal gerne eure Meinung erstmal rein, von 1 bis 10, wie findet ihr es? Ich finde es okay, aber jetzt nicht übelst geil, nicht super schlecht, aber es ist okay. Und nichtsdestotrotz wollten wir ein paar Upgrades ziehen. Deswegen habe ich auf der RTG, nachdem wir bei uns BPM extrem gut liefen, haben wir uns einfach mal selber belohnt. 50, 3x78 Plus Upgrades gab es da. Plus wir haben noch ein paar World Cup, ähm, diese World Cup Belohnungen ein paar gezogene. Wir haben unseren zweiten Icon Pick gemacht und das alles in einem Video verpackt für euch heute auf diesem Channel. Liebe geht erstmal raus an jeden Einzelnen, der natürlich hier einen Daumen nach oben da ist. Vielleicht schaffen wir auch hier wieder die 2000 Daumen. Liebe würde ich natürlich ganz sehr an euch versprühen. Und nichtsdestotrotz, ähm, ja, würde ich auch nicht riesig freuen, wenn ein kostenloses Abo da ist. Den 50% der Leute, also du da draußen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Ich würde mich riesig freuen. Kuss und Liebe geht raus. Danke an alles. Denkt dran, Level Up nochmal, ganz kurz zu sagen, 2 für 1 Aktion gilt bis Sonntagabend. Also wenn ihr da irgendwas haben wollt und zuschlagen wollt, ähm, ja, ihr kriegt 2 Dosen, bezahlt nur eine. Kuss geht raus mit dem Code Up for 2, Up for 3 da und, äh, ja, ihr wisst bescheid, wir starten rein ins Video. Let's go. So, gehen wir mal wieder hier rein. Vielleicht haben wir ja hier wieder Glück. SPC-Futter brauchen wir ja. 83 plus reicht mir. Ist okay. Und da ist der nächste 88er, Chat. Das ist es. Somit kann man doch gut rein starten in die ganze Sache. So, 3 Spieler. Ah, wir gehen wieder durch. Wichtig. Was hierhin? Halt's Maul. Vinicius. Was passiert hier, Chat? Ich hab jetzt gedacht, jetzt kommt Neymar. Ich hab echt gedacht, jetzt kommt Neymar. Nach Marquinhos Back-to-Back. 3x78 plus, da kommt der Winnie. Hilfe. Wir gehen mal rein. Prime-Spieler-Pack. Ligue 1. Gucken wir mal rein, ob wir da was ziehen. Neymar kann gezogen werden, aber es kommt ZM Paris. Ein 83er Fabian. Gut, dann gehen wir rein. 50. Dieser 3,78 plus Spieler-Packs haben wir gemacht. Haben uns auf der Erde die GEMA gegönnt, weil BPM echt gut gelaufen ist. Deswegen gehen wir rein. Wir brauchen Futter. Wir wollen mal Rest abschließen. Auf den hab ich richtig Bock. Deswegen, wir starten rein mit dem Franzosen-Linksverteidiger. 83er-Mondi. Nehmen wir mit. Ist wahrscheinlich für mich sowieso nur Futter, weil ich ihn eh nicht spielen werde. Machen wir weiter. Pack Nummer 2. Komm schon. 50 Stück haben wir halt davon. Also, es könnte, wenn EA will, kann es natürlich auch klappen, dass wir gleich hier was drin haben. Komm schon. Aber bis jetzt sieht das alles noch nicht so gut aus, sind wir ehrlich. Come on. Pack Nummer 4. Ich will was sehen. Wir gehen wieder nach oben. Walkouts. Wir brauchen die Walkouts. Da ist der Erste. Prostowitsch. Nix ist back. Komm schon. Bitte. Gönne. Ah, come on, EA. Müll. Weiter geht die Willefahrt. Centurion. Das ist das, was wir sehen wollen. Aber das... Hallo, könnt ihr mal nach oben gehen? 83-Plus-Packs, äh, Spieler wenigstens. Komm. Ja, wir gehen wieder nach oben. Pick W. Ah, 83er. Gut, ich wollte 83er. Ich krieg jetzt direkt einen 83er, ne? Immerhin. Noch drei Stück. Dann haben wir es geschafft. Die ersten zählt. Ein Fünftel. 20 Prozent. Back-to-back gehen die Tafeln nach oben. Es wird wieder Spanien-Stürmer. 85er Morino ist aber solide. Das ist in Ordnung. Den nehmen wir mit. So, jetzt haben wir die 10 geknackt. Komm schon. Kein Centurion in den ersten 10, sondern Portugal ZM. Der gute alte Ruben Neves. 83er-Rating. Ja, und ein Ressus immerhin. Machen wir mal wieder 10 Upgrades, Z-Chat. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was drin ist. Ob der Centurion kommt oder nicht. Erstes Pack wieder absolut mies. Pack Nummer 2. Komm schon. Ich will wenigstens Futter haben hier, ey. Warum kommt jetzt kein Futter? Die waren letztens so gut. Bitte. Nummer 3. Gönne ihr... Ey, dreimal. Rotz. Das kotzt mich an jetzt schon wieder. Ja, ey, muss ich wieder meckern? Wenigstens viermal, ey. Gleich jetzt, im fünften. Ja, wir gehen durch. Gönne. 4 und 8, Tigger. Das ist es, Chat. Das ist es. Das ist es, Chat. Und in den Form. Krank. Aber gut. Für SPC ist wichtig. Bitte. Und da war es wieder Müll. Da war es wieder Müll. Schade. So, next one. Gönne. Bitte. Irgendwie. Irgendwas. Ja, nach oben. Und? Walkout. Walkout. Ja, 84er Flauwitsch ist in Ordnung. Das ist okay. Noch drei haben wir. Noch drei. Gucken wir hier jemals schon... Ah ja, ein Walkout hatten wir mit Bosovic, ne? Der Rest war Müll. Bitte, bitte, bitte. Ich will da wenigstens Futter für mal Rest bekommen. Busquets. Ja, 85 ist solide. Ist solide. Ist okay. Boah, los. Ja, Walkout. Ja, nee, ey. Irling. Das ist es. 88er. Endlich kommt das Futter, was ich wollte. Genau das ist es. Irling, schön. Komm reingetanzt. Komm zu Papa. Und Lema. Wichtig und richtig. Einen haben wir noch, ne? Da ziehen wir Back to Back. Noch einen. Mbappé. Oh, 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 oh. Man muss nur meckern hier, ey. Genau das will ich sehen. Bam. Und dahinter sollen sie sein. Können sie sein. Oh mein Gott. Das ist sehr akzeptabel. Ich sag's euch mal so, wie es ist. Sehr akzeptabel. Geht doch. Geht doch. So, machen wir weiter. Während die Wette läuft, machen wir hier mal kurz die Packs, die wir bekommen haben von den World Cups. Also, mal gucken. Wir gucken einfach mal, was wir ziehen werden, ne? Statt der Zeit mit 80 Spieler, 80 bis 84 rein. Je mehr 84er, desto besser. Ist natürlich klar. Aber guck mal, wir haben gar keinen 84er im Pack. Das ist es, Chat. Ne, das ist super. Wo machen wir das nochmal? Nochmal das Gleiche. Ey, wenn wir jetzt wenigstens ein 84er hier, ey. Wenigstens ein 84er. Party. Na bitte. 84er ist da. Komm schon. Bitte. Gönne. Was ist dahinter? Na, noch ein Mondi und ein Rulli. Immerhin. Genau. Acht Spieler-Pack, 80 plus Gesamt. Oh, in Form. In Form-Walkout sogar. Frankreich, Torwart. Ah, LaFont. Hey, das ist aber ein guter Pull. Das ist ein guter Pull. Gerade weil halt In Forms aktuell wirklich oft gebraucht werden. Oh, 85, 83 auch noch. Bin ich völlig zufrieden mit. Fünf Spieler-Pack, 80 plus Gesamt. Vielleicht ist da was drin. Ja, Walkout. Je gönnt. Salah. Was ist da denn los, Männers? 90er Salah. Hä, klack, ist da. Und Neujahr-Sabal noch. Hä? Anders wird. So, die nächsten 10, 3 mal 78 pluser stehen an. 20 haben wir gezogen. Es hat jetzt, äh, vor uns in der letzten Runde ist es sehr gut geendet mit Kante. Marokko. Rechter Flügel. Siehe. Leider kein Hakimi. Schade. Pack Nummer 3. Komm schon. Ah, wir gehen zumindest wieder durch, ne? Immerhin. Gerard Moreno again. 85er. Wir haben jetzt noch 7 Packs für uns, ne? Da haben wir 30 geschafft. Oh, Walkout. Come on. Gönne. Na? Ja, Toni Abi. Nehmen wir mit. 88er. Groß ist da. Sehr schön. Und Robertson auch noch. Was ist das denn bitte? Das waren 3, 84 plus an einem. I can pick. Langsam funktioniert es noch. Endlich zeigt man EA, dass die Dinger auch gut sein können. 85er. 84er kommen es. Nummer 7. Und das wird wieder definitiv nothing. Wir gehen durch. Oh. King Kai Havertz. Grüße gehen raus. 84er wieder. Sehr, sehr nice. Und Endika. Endika. Damit haben wir 30 geschafft. 60% sind abgeschlossenen Centurions. Hatten wir noch keinen. Allerdings einen Pack mit zwei Walkouts. Und ein Dami Nunes, der jetzt Konkurrenz von Gakpo bekommt. Ja, ist okay gewesen. Aber ich will halt unbedingt, unbedingt noch in irgendeiner Art und Weise so einen Centurion ziehen, ey. So, 50k Pack von der Pelé-SBC, die wir gemacht haben. Bringt uns den in Form. Bringt uns den in Form Walkout. Und bringt uns den Z2M Rigardo Horta. Ist okay. 50k Pack nimmst du auf jeden Fall mit. Aus dem 50er von Pelé. Rest in Peace an der Stelle. Kuss geht raus. Wir haben jetzt Player Pack, äh, Upgrade Pack 31 bis 40, die jetzt anstehen. Pack Nummer 2. Komm schon. Gönne. Ah, doppelter Bruch. Back to back. Upgrade Pack Nummer 3. 33. Wir gehen zum ersten Mal nach oben. Es könnte interessant werden. Es wird interessant mit 85er-Pick hier. Bin ich zufrieden. Komm schon. Nummer 4. Skipper direkt weiter. Das war nix. Komm schon. Alter, was ist das jetzt für eine schlechte Runde? Katastrophe, Alter. Komm, jetzt muss langsam. Ihr habt langsam, ich will mich nicht beschweren. Wir haben vor uns Kanté und Haaland Back to Back gezogen. Ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Alles gut. 4 Packs haben wir noch bei der Wette, Jungs. Und wir gehen endlich mal wieder nach oben. Deutschland, ZDM und da kommt der Kimmich an. Und ich bin schon wieder glücklich. Ich bin happy. Nehmen wir mit. Fast Sitz hat Luft. Ist absolut solide. Sehr, sehr schön. 3 haben wir noch für die Wette. Komm. Back to Back. Back to Back Wargut wäre halt auch wieder zu schön gewesen, ne? So. Vielleicht sah jetzt so ein Centurion irgendwie. Wäre vielleicht ganz cool. Alaba. Ah, Leimer. 83er Rating. Schade. Letztes Pack. Dann sind wir bei 40 angelangt. Wir gehen nochmal durch mit dem Info. Big W. Oh, das ist 87er Douglas Lewis. Sieht aber von den Werten her auch echt gut aus, ne? Kostet wahrscheinlich trotzdem nichts, habe ich so ein Gefühl. Und das ist dieses andere Brasilianer, äh, brasilianisches Samba Pack. Holy moly. Gehen wir rein. 11 mal 81 plus. Da haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück sogar. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Ein Centurion. Das will ich sehen. Walkout Number 1 ist schon mal gegeben. Espanol, Thomas, David de Rea. Wenn wir hier draußen Walkout pro Pack zielen, bin ich unfassbar zufrieden, ne? Pack Nummer 2. Vielleicht noch ein Back-to-Back-Walkout. Ah, Centurion. Was ist das? Deutschland. ZDM. Arnold. Was geht, was geht, was geht, was geht? Da ist der Erste. Grüße gehen raus an Wolfsburg, an Max Malle, an Faro und an die Pipe-Gruh, die gerade eben geradet haben. Liebe Grüße gehen raus. Maxi Arnold. Absolute Legende. Weltklasse. Und er wird wirklich hinten angezeigt. Krass. Die 11 mal 1... Ah, ich zieh das 100k-Pack. Huch. 100k-Pack-Walkout. Ah, das war ungewollt. Wer hat die? Ne, Barella. Ah. Ich meine, ich ziehe 11 mal 81 plus auf den Eimer verglückt, Chat. Ah. Vielleicht haben wir dahinter trotzdem den Centurion. Zwei Informs. Ah, kein Centurion. Schade. 100k-Pack für die Katze. Centurion. Wir brauchen mindestens noch einen. Einen haben wir ja schon gesehen, aber das war halt nicht aus den 3. 78 plus Upgrades. Deswegen, vielleicht, EA gönnt ihr jetzt noch einen. Das wäre super lieb für euch. Aber wir schatten erstmal bodenlos rein. Gönne bitte einen. Einen Centurion, damit sich die Upgrades auch gelohnt haben. Wieder ein Gerard Moreno. Nächste Upgrade stehen an. Ach gut, komm. Skipp mal direkt durch das Ding. Rein da. Komm schon. Die letzten 10 Packs. EA, ihr könnt doch nochmal gönnen. Ihr könnt doch nochmal gönnen. Kobi ist okay, ist ein Dortmunder. Nehme ich mit. Noch 5. Noch 5. Wo ist der Centurion? Ricardo Pereira. Bitte, 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 EA. Okay, komm. Back to back gehen wir zumindest nach oben. Ah, Heuberg. Haben wir schon gesehen. Wir haben jetzt 7 Stück gezogen. Wir hatten kein 84 pluser drin. Und das geht genauso weiter. Hilfe ist das schlecht. Perfekt, wir haben nur noch eins. Jetzt. Ah. ZM Henderson. Ach nein. Katastrophe, Jungs. Katastrophe. So. Dann machen wir mal das hier noch. Da haben wir ja den ersten Centurion rausgeholt. Leider Gottes gab es schon mal in 78 pluser mal 3 keinen Centurion. Aber naja, was willst du machen? Walkout ist trotzdem dann 89er Casimiro. Die gönnen bei uns unfassbar gut, Alter. Ich hätte damit niemals gerechnet, die sind so stark bei uns. Hilfe. Das Letzte. Wir gehen rein. Jetzt wäre ich doch mal ein Centurion. Das wär's. Das wär sexy. Ja, selbst ein 85er Teos in Ordnung. Weiß aber nicht, ob dahinter dann die Centurions überhaupt auftauchen können. Ne, sieht so nicht aus. Ja, das Letzte war nicht so gut. Die anderen drei haben halt echt gut gegönnt. Muss man wirklich sagen. So, wir gehen rein. Weiter Icon Pick. Im ersten hatten wir Glück. Mit dem guten alten Samuel Leto. Wir machen das gleiche wieder wie letztens. Mit R3. Wir gehen rein in die ganze Sache. Abfall ist angesagt. Come on here, ey. RTG. Wir bräuchten am besten, also am liebsten hätte ich einen Carlos oder einen Torwart. Bin ich ehrlich. Einen Torhüter würde ich mit Kusshand nehmen. Start mal rein. Abfall ist angesagt. Wir gehen rein. Ich drück R3. 1, 2. Wir gehen rein mit folgender Karte. Physis. Oh, ja, okay. Wir haben einen Torhüter. Das ist... Ja, okay. Ich wollte einen Torhüter. Ich kriege einen. Bitte Phantasauder Yashin. Phantasauder Yashin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Reflexe 91. Abstoß 80. Weiß ich halt 84. Hechten 87. Ich habe keine Ahnung, ob das Yashin ist. Kassias. Ach, nee. Nee, 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 nee. Ich will keinen Kassias. Ich will keinen Kassias. Das ist der einzige, den ich nicht will. Er ist mir zu klein. Gehen wir rein. Zweiter Spieler. Hat 82 Physis. 83 Punktkraft. 88 Aushaus. Sieht schon mal ganz okay aus. 89 Verteidig. Könnte ich mir vorstellen, dass es eher ein ZM ist. Sowas wie ein Sien oder sowas. 72er Tripling. Ja. Vielleicht ein... Oh Gott. Ist es eher ein Verteidiger, oder? 71 Stämmer. Oh Gott. Was ist das denn? Ach, du heilige. Baresi. Bitte, ey. Brech mich jetzt nicht. Warum Baresi? Mann. Spieler Nummer 3. Wir hatten letztens auch Eto. Auf der 3 war letztens Eto-Jungs. Jetzt kommt vielleicht auch der Banger. 80 Physis. 91 Sprungkampf mit 86 Ausordnen. Das wird sowas wie ein Fanistelrei werden, bestimmt. 88 Kopfballpräzision. 86 Tripling. Oh, ich sag Gott. 78 Pass, ne? Vielleicht sowas... 89 Schieß, ne? Es muss halt jetzt ein hohes Tempo sein, ne? Ich sag nicht, dass es wieder Eto ist. Der hat auch 94 Tempo. Ich kann das nicht mehr, Chat. Ich kann das nicht mehr, wirklich. Das ist zum Kotzen. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Das ist nicht der Ernst. Was ist das denn? Es gibt 285.000 Icons. Ich hab eine. Und jetzt kommt der gleiche nochmal. Ja, ich wollte einen Torhüter. Wir nehmen den Torhüter. Was soll's? Was willst du machen? Ach komm, scheiß drauf. Wirklich, ey. Ach nee. Ich bin ja ein Vollidiot. Ich brauch hier gar keinen Torhüter. Ich brauch einen Torhüter auf dem Main-Account und nicht auf der RTG. Wir haben ja hier Tschech. Och, Jungs. Das war's komplett, Jungs. Nee. Nee, das Ding ist durch. Ich hab... Nee. Also wirklich... Ich hab noch... Nee. Nee. Nö. Das ist doch scheiße, Chat. Nee. Jetzt bin ich raus. Macht's gut, Herr Dreien. Mit 30, wirklich. Mit 30. Es geht bergab. Ich sag, wie es ist. Es geht einfach nur bergab. Macht's gut, Herr Dreien. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.